Nein, komm raus, da liegen sie. Da CP dich zu mir. Hallo. Ich nehm auf, Mami. Das nehmt man, was nicht? Aua, 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 aua. Werd nicht frech, ey. Jo, Leute, die Waffe hab ich bekommen. Hab ich das noch in der Folge gehabt? Okay, weil die ist mega episch, damit kann ich mega viel abziehen, hier. Aua. Richtig geil. Ist das dein dreckiger Ernst? Bist du ein dreckiger Ernst? Irgendwie wurde aus der Trophäe hier, als ich den Server geschlossen habe, die hier. Hier sind sie alle im Gaffen. Okay, und wieder ins andere. Ähm, ja, Kevin. Ja. Aber vor allem, guck mal drauf, wie die heißt. Weil ein Trophäe ist Trophäen. Genau. Wahrscheinlich ein Bug. Äh, die werde ich vernichten. Warum? Was ist das vernichten? Und ich springe wieder in den Dramodimentum, wenn es okay ist, ja. Den haben wir uns nicht erarbeitet. Uh. Ab in den Kaktus mit dir. So. Funktioniert das? Ja. Krass. Krass. So, ähm, ja, was machen wir jetzt? Weißt du, irgendwie fünfte Fall oder so, ja, was machen wir jetzt? Ja, gut. Sie sind vorbei. Machen wir. Ja. Ja, 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 ja. Ich muss mein Haus bauen, aber nicht mit dem fucking Holz, was hier ist. Ich hasse dieses Holz. Ich hab rechts auch ein paar Eichenbäume für dich. Kevin, was ist dagegen? Ich hab mir schon Orte gemacht für Holz. TP Orte. Clay und Keith sammelt. Kannst du ruhig machen. Bestimmt nicht, ne? Hast du nichts gegen. Ich hab doch gerade gesagt, kannst du ruhig machen. Kann nicht machen, oder? Das ist der Grund, warum Kevin mich hasst. Das ist vollkommen korrekt. Will füten. Wie ein Yeti. Ach, du bist noch in der Dimension, deswegen leckt das hier so. Kein Wunder. Ich hab doch gesagt, komm da mal alle raus. Ich war draußen, ich bin wieder reingegangen, weil keiner mir widersprochen hat. Ich hab doch ein Vater, die hat mir nicht widersprochen, also bin ich da reingegangen. Boah. Ich hab nicht mitbekommen, dass du sowas gesagt hast. Ich auch nicht. Darf ich mich anschließen? Nein. Ich hasse dich, David. Wir erhassen dich auch mitlassen. Warum ist da langsam halt so ein krasser Zoom bei? We don't know and we don't care, my darling. Und wieso funktioniert die Schmiede nicht mehr? Hat da jemand irgendwas scheiße gebaut? Weil da irgendwie... Oh, David. Was denn? Wenn du dich die Schmiede hochbaust, dann funktioniert die nicht mehr. Schön. Gut gemacht, Kevin. Dein Schicksal war es darin zu verrecken, also verreckt darin. Bau den Blöcke ab. Nö. Du hast doch jetzt sowieso, dass du dein Inventar behältst. Wo ist dann das Problem? Ich wusste nicht, dass wir das Inventar behalten, aber okay. Ich weiß doch nicht, alter. Da kann man ja auch eigentlich nachfragen. So. Ich hab jetzt freiwillig für einen guten Zweck. Ach ne, ich hab einen Waypoint. Ich hab einen Naga. Ich hab einen Naga. Epp. Ehehehehe. Dann bleib mit dem Naga, dann komm ich hinterher. Ja genau, geht noch mehr Leuten da rein, so dass ich gar nichts mehr machen kann. Also es geht hier Schlag auf Schlag, liebe Leute. Ist der eine Boss fertig, kommt der Nächste. So, du bist ja ein Naga? Ja. Nice. Ice, Ice, Baby. Ice, Ice, Baby. Ice, Ice, Baby. Oh, Kevin. Border placement, ah ne. Okay. Äh. Komm mal alle zu mir. Nein, ich bin gerade für dich an tieffarmen. Ja, dann machst du was halt nicht mit. Ja. Elton, Julia, er hat aber Lust, ne? Naga? Naga? Naga hat sich aus der Arena rausgebaut, wo ich meine, eben nur vor zu sagen. Wie? Der ist gerade aus der Arena rausgekommen. Nein, weil wir ist ja noch da. Ja, ja, der hat sich ja gerade eben rausgebaut, die Wand da ist weg jetzt. Der baut die Wand ab. Komm auf seine Seite. Das Ding ist ja probiert, oh fuck. Das mit dem auch, okay. Als hab ich den ohne, mit meinem Start. Hallo, wartet mal. Okay, mein Start ist raus. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Ja komm, hau mich nochmal. Alles klar. Wer hat jetzt die Drops bekommen? Äh, ich habe ein gelbes Miniherz, Nagerschuppen und die Nagatroffen. Nice. Enderman. Devin. Devin, haben wir noch, äh, Clay zu Hause. Also in deinem Haus. Was? Clay, also Lehn. Ich hab ein paar Nagersteine. Ich hab ein paar Nagersteine. Ich weiß nicht. Haben wir. Kann gut sein. Da haben wir. Die Nagersteine. Ja. Die Thailander Wand, die die Nagel, wie sie Schlangenbild abbild machen. Ach so. Die kann man ja abhauen. Wie der grieft. Ich will, ich voll nah durchlaufen. Sorry. Jojo. Aber die Pilze sehen cool aus, ne? Mach die hier. Warte mal. Wenn ich grad schon hier bin, kann ich auch Holz sammeln gehen. Ach ja, äh, David? Ja? Diese großen, äh, Baldachinbäume kannst du theoretisch fällen, aber... Baldachin, Kevin. Baldachin. Kann ich theoretisch was? Bitte laber nicht dazwischen die ganze Zeit. Die Ruder, die greifen ein Ding ins an. Kannst du fällen. Warte, ich weiß nicht, wie das Holz aussieht, bis die geben. Hat jemand ne Axt mit? Baldachin. Ja, die geben normale Fichtenholzbretter. Das bringt mir hier nichts. Ich will kein Fichtenholzab. Achtung, es kann's laggen. Hat einer zu ruhig meine Hacke? Nein. Habe ich auch nicht. Da ist der Schneewiehung, da kriegt man langsam kalt. Aber hier sind auch Yetis. Und den kriegt man Fels. Yay. Der Wolf hat mich gerade mit Schnee angespuckt. Naja, muss er aufpassen. BTF, der Yeti. Greif mich einfach. Boah. Naja, das machen wir immer. Alter, Steakbunkverfiel. Alter, hier sind zwei Yetis auf einmal. WTF? Der hat mich festgehalten. Geil, der schmeißt die auch einfach nach oben. Das weiß ich. Aber dass er mich festhält, das wüsste ich noch nicht. Doch, das ist total lustig. Wow. Das ist eine Mauer. Hat echt keiner von euch meine Axt. Nope. Dann teleporte ich mich noch mal eben nach Hause und von mir meine Axt. Das sind noch mehr Yetis. Nice. Yetis. Ist irgendeiner in die andere Welt gegangen? Ja. Wir sind alle drei da. Ja. Warum bin ich jetzt schon wieder alleine hier? Wir haben doch gerade gesagt, wir gehen zu dem Boss. Du wolltest nicht mitkommen. Hast du euch komplett behindert? Ja, jetzt klatsche ich hier. Wow. Wow. Alter. Mir ist gerade der Baum gegen das Fenster geklatscht. Was? Alter. Der Timbermott funktioniert nicht. Doch. Das dauert nur, weil der selber ein bisschen braucht. Aber irgendwie muss man eine Axt haben. Ich habe sie nämlich nicht. Ich habe dir die Axt wieder da hingetan. Nee. Yetis. Alter, das ist ein riesen Yeti. Alter, ich habe einen Boss gefunden. Komm mal zu mir. Ja. Geht gerade nicht, weil ganz viel Gelaggy und so. Da hinten drin. Nein. So. Greifen uns nicht die ganzen Scheiß Yetis an? Ja. Könnt ihr den angreifen? Nee. Ja auch nicht. Scheiße. Weg hier. Weg hier. Und. Alter. What? Wo bin ich? Da müssen wir auch irgendwie was voll besiegt haben wieder. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Alter Scheiße. Redepartiert euch zu mir. Ich schopfe den Yeti mal aus deiner Höhle raus. Lass ihn doch da drinnen. Ja, ich mache mich hier ein Waypoint und dann können wir da wieder hin. Ich habe mir schon ein Waypoint gemacht. Ich sehe wieder. Und jetzt ist mein Minecraft geklöscht. Wollte ich mal den Nutriwald sehen? Alter, ich will ja nichts sagen, aber kann es sein, dass der, dass der, unser Minecraft einfach zu voll mit Mods ist, weil der Server kommt ja gar nicht drauf klar. Ich habe keine Ahnung. Ja, weil wir alle Probleme haben und alle am Längen sind immer. Ja, eins könnten wir auch wieder rausschmeißen eigentlich. Ja, das mit den Früchten. Ja, das und bei Jungs Oh Plenty könnten wir auch weg tun eigentlich. Ja, momentan schon. Okay, dann lockt euch mal alle aus. Oh, ich veräumte das Nennzspiel beendete. Ja, musst du auch. Ja, musst du auch. David? Welche soll ich rausnehmen? Äh, Biomes Oh Plenty. Biomes Oh Plenty? Ja. Moment, ich muss gerade selbst gucken. Haben wir nicht irgendwo auch Biomes Oh Plenty? Da müssten wir doch die ganze Welt neu machen. Dann kommt, ähm, Forest Tree kommt weg. Sicher? Was sollte das eigentlich sein mit den ganzen Früchten? Nein, das ist Pan's Harvest Craft. Echt? Ja. Dann wollen wir es sich drin lassen und Farm Service Craft weg tun. Kevin, da wir ja jetzt Biomes Oh Plenty weggemacht haben, müssten wir die ganze Welt neu machen. Weißt du warum? Nein, weil ich die nicht mit Biomes Oh Plenty gestartet habe, Niklas. Ne? Ne. Oh. Was mit der Reis Minimap? Die bleibt drin. Ach so, Minimap. Ich habe nur Reis gelesen. Ja, das war es auch schon. Okay. Okay. Was ist Biomes Oh Plenty denn? Da kommt viel mehr Biome und Blöcke. Da hatten wir die, aber die waren vorher da, korrekt? Also, bis gerade eben noch. Mhm. Ich weiß nicht, ob die neuen Biome auch mit drin waren, weil ähm, ich habe die Welt normal gestartet und nicht mit Biomes Oh Plenty generieren lassen. Ach so, das ist... Ja, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Ich schaue gerade nach, was der Server mir sagt. Also, bis jetzt kommt noch nichts von wegen des fehlenden Blöcke. Ja. Ja, du kannst das jetzt speziell nochmal einstellen oder eine Welt importieren. Wenn du jetzt bei Biomes Oh Plenty mit Singleplayer Map einfach in den Server klatscht, brauchst du auch die Mod dafür, damit das überhaupt alles funktioniert. Ansonsten... Er hat hier jetzt einfach nur... Niklas, ich bin nicht doof. Nein, ich kann ja gerade nicht gebrochen, dass mir jemand rein spricht, weil ich hier gucken muss, was der Server hier macht. Dings ist runter. Mal wieder. Genau. Hmmm. Okay, der Server hat es ein paar Blöcke gefunden. Irgendeiner versucht sich gerade einzuladen und hat die Mods nicht richtig gelöscht? Doch, ich habe sie gelöscht. Ich habe gerade versucht mich reinzuholen, aber ich habe die... Nein, ich parke es nicht. Ich habe Biomes or Plenty und Dings rausgenommen hier. Primes Harvest Craft, mehr nicht. Die habe ich eh auch rausgenommen aus dem Server. Hab ich auch. Ja, dann erzähl ich mir doch nicht, dass ich irgendeine Scheiße machen würde. Okay, ich logge mich immer noch ein. Kann mich auch, ich bin auch ganz gut am anmelden. Ja, ich bin gerade auch am gucken. Okay, internal server error. Ja, okay. Versucht es nicht die ganze Zeit, wenn es nicht funktioniert, wird es auch hinterher nicht funktionieren. Ich komme rein. Soll ich euch wieder meinen Mod Ordner schicken? Ah, jetzt kommt ihr rein. Ja, ich bin auch drin. Ja, wahrscheinlich musste ich erst als erstes auch nochmal das okay sozusagen zu geben. Hm, wo bin ich? Ah ja. Okay, bei meiner Basis hat sich nichts verändert. Alles ganz geblieben. Kevin? Ja. Alter, wie ich mir in den Fingern juckst. Du hast zwei Balken. Was ist zwei Balken? Du hast bei mir zwei Balken, darum leckt es gerade übelst. Jetzt gehts. Also mein Server lag nicht. Komisch. Hoppala, komischerweise, obwohl ich in der anderen Region gespawnt wurde. Könnte jetzt am Anfang sein, weil die Welt ja neu geladen werden muss und ein paar Blöcke anders sind. Man sollte sich wieder einpendeln. Kevin? Was? Guck mal. Was soll ich gucken? Guck mich an, I'm fabulous. Hält es dir ernsthaft nicht auf? Nein! Deine Hose vielleicht. Und meine Schuhe. Ja, schön. Nicht im Ernst. Kevin? Was? Wofür mache ich mir eigentlich Mühe? Weißt du, was weg ist? Was? Ich habe in die Öfen alles mögliche an Mörtel reingetan. Es ist alles weg. Ja, da kann ich aber nichts dran machen, weil Ölga zu zwingen als Konstrukt, dass sie es rausgenommen haben. Da kann ich nichts für. Ich nehme mir jetzt einfach alles, was ich brauche. Wie sieht es bei euch aus, Leute? Funktioniert es? Ja, bisher. Das funktioniert bei euch manchmal vernünftig. Ja. Kannst du den Baum nicht abbauen, aber ansonsten. Und wieso kannst du den Baum nicht abbauen? Weil, sobald ich das abgebaut habe, das unterste Stück ist ja wieder gespawnt. Wo bist du gerade? Ich war da in der anderen Dimension, aber jetzt bin ich wieder hier. Was? War es in einer anderen Dimension? Ja. Lol. Was? Das hat du gar nicht geleckt, als du drin warst. Das hat nur geleckt, als du wieder hingekommen bist und das auch nur kurz. Ich lege aber dafür die ganze Zeit. Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept. So, wir haben den Naga gemacht. Den Yeti können wir noch nicht machen, dann müssten wir theoretisch nach anderen Bossen suchen. Okay, jetzt fängt es auch an, bei mir zu reden. Jetzt lag der Server auf einmal wieder. Ich gehe auf die Suche nach Matsch. Äh, die Folge ist sowieso eigentlich vorbei. Ich beende die mal hier. Ich werde gucken, was ich gegen die Lacks machen kann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, Bam. Tschüss, Ben.